Leben in Taiwan Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben in Taiwan. In einer Serie von Interviews werden wir Andreas Hilzbos, den Schulleiter der Deutschen Schule Taipei, begrüßen, der seit nunmehr einem Jahr an der Schule tätig ist. In der ersten Folge stellt sich Andreas Hilzbos vor und erklärt die Geschichte und die Struktur der Schule sowie die der deutschen Sektion. Da Taiwan mittlerweile in den deutschen Medien präsenter ist, wollen wir außerdem wissen, wie die Rekrutierungslage neuer Lehrkörper aussieht. Guten Tag, Herr Hilzbos. Ja, guten Tag. Ja, zunächst mal auch vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine ganz besondere Freude. Ja, mein Name ist Andreas Hilzbos und bin jetzt seit letztem Jahr, seit August an der deutschen Schule Taipei, das heißt an der deutschen Sektion der Taipei European School. Ja, bin 50 Jahre alt, bin in meine Familie gekommen, habe zwei Kinder, zwei Mädchen, die sieben und bald elf Jahre alt sind, die auch beide in der deutschen Sektion sind. Und meine Frau Christine ist Hongkong-Chinesin, die habe ich im ersten Auslandsaufenthalt kennengelernt in Hongkong. Oh, Sie waren schon vorher im Ausland. Genau, das ist das dritte Mal jetzt mittlerweile oder wenn man jetzt noch das Studium mitrechnet mit meinem Aufenthalt in Frankreich, dann das vierte Mal im Prinzip, wo ich dann außerhalb von Deutschland lebe. Also in der Station Hongkong und in Korea, in Seoul, wie jetzt auch hier in Taiwan, in Taipei, bin ich in meinen Schulen tätig gewesen. Damals im Studium war das ja noch dann ein Studienaufenthalt im Rahmen vom Erasmus-DHD-Programm, wo ich dann Biologie und Chemie damals studierte noch, aber auch Französisch. Das war auch eine nette Erfahrung. Und jetzt chinesisch. Und jetzt chinesisch, hoffentlich bald auch. Nach dem ersten Jahr einleben, da war natürlich der Fokus hauptsächlich auf der Arbeit auch, die Prozesse zu verstehen, die Leute kennenzulernen. Und hier ist es ja bei zwei Standorten verteilt, sich ein bisschen erstmal reinzufinden. Und dann ist aber schon auch das Ziel, ein bisschen natürlich auch, um Land und Leute besser zu verstehen, auch die Sprache dann zu erlernen, um einfach sich mit Leuten auch austauschen zu können, ein bisschen mehr mitzunehmen, damit das eben nicht nur eine Kulisse bleibt, eine schöne. Müssen Sie denn auch unterrichten? Ja, das ist eine Besonderheit, jetzt auch im Vergleich zu meinen Kollegen aus den anderen Sektionen, dass ja immer Schulleiter oder Schulleiterinnen in Deutschland ja unterrichten müssen, weil sie ja auch im Rahmen der Lehrerausbildung ja auch häufig eingesetzt sind und somit natürlich auch wissen müssen, was zeitgemäß Unterrichtsmethoden sind. Ich finde es auch sehr wichtig. Ich meine, das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die man hat, im Vergleich zu den anderen Section Heads, wie sie genannt werden. Aber es bringt einem doch eine andere Nähe auch nochmal zu den Schülern ein, die man da hat, weil man auch selbst im Unterricht steht. Und auch, wenn man dann bestimmte Konzepte hat und sie dann selbst auch in der Praxis umsetzen muss, das hat dann doch ein anderes Standing auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, als wenn man eben nur, sage ich jetzt mal ganz nüchtern, der reine Verwalter ist, der quasi Dinge vorgibt oder weitergibt und dann sagt, okay, dann mach doch mal. Was unterrichten Sie? Also ich bin von Haus aus Biologie- und Chemielehrer fürs Gymnasium. Französisch wäre auch noch denkbar gewesen nach meinem Frankreicher Aufenthalt, aber das war eigentlich eher so für mich, für meine persönliche Entwicklung ganz wichtig. Und ja, ich habe dann lange Zeit in Biologie, Chemie unterrichtet und dann kamen eben immer mehr zusätzliche Funktionen hinzu, Koordinationsfunktionen und dann habe ich aber relativ schnell auch Freude daran gefunden, einfach Schule zu entwickeln, bestimmte Profile auszugestalten. Also ich habe dann schon sehr großen Spaß daran, Dinge zu gestalten, Prozesse zu gestalten, Menschen auch zu gucken, wo liegen ihre Stärken und Potenziale und wie kann man das auch gewinnbringend dann für so eine Schule einsetzen. Sie sprachen davon von Sektionen und Section Heads. Können Sie das näher erläutern? Also die Tape European School ist ja eine Schule, die sich historisch aus verschiedenen Schulen zusammensetzte. Seit 1992 gibt es sie ja offiziell. Vorher gab es schon eine britische, eine deutsche und eine französische Schule hier vor Ort, die sich dann aus verschiedenen kleinen Räumlichkeiten, sehr prekär auch mit häufigen Wechseln dann zusammengetan haben, um Synergien zu erzielen und auch gemeinsam zusammenzuarbeiten mit einer europäischen Idee hintendran. Und es hat sich dann dazu entwickelt nach einer Zeit, dass es jetzt wirklich aus diesen Tape European Schools, wie es noch bis 2002 hieß, dann wirklich eine Tape European School entwickelt hat. Also das S wurde dann gestrichen, weil man sich letztlich so eng zusammengefunden hat zu einer Schule, die dann hier vor Ort sich dann am besten entwickeln konnte und sehr große Synergien erzielen konnte. Das heißt, die Tape European School setzt sich jetzt zusammen aus welchen Sektionen? Das heißt, wir haben im Prinzip die British Primary Section, dann haben wir die British Secondary High School Section und es gibt die französische Sektion, die dann die komplette Palette von Kindergarten bis Baccalaure anbietet und eben wir in der deutschen Sektion mit auch dem kompletten Ausbildungsprogramm vom Kindergarten bis zum gemischsprachigen IB. Das muss ja eine Riesenschule sein von Tausenden von Schülern, oder? Genau, das heißt, wir haben so 1700 Schülerinnen und Schüler in der Summe. Die Sektionen sind noch nicht gleich groß, das heißt, die britischen Sektionen sind deutlich größer. Wir, die deutsche Sektion, sind die kleinste Sektion innerhalb dieses Verbundes mit um die 200 Schülerinnen und Schüler. Wie gesagt, vom Kindergarten bis zum gemischsprachigen IB, also sehr, sehr klein, aber eine sehr starke, starke Gemeinschaft. Das zeichnet uns, glaube ich, sehr stark aus gegenüber den größeren Sektionen, wo es natürlich dann zahlenmäßig auch ein bisschen stärker verliert. Und die 200 Schülerinnen und Schüler in der deutschen Sektion, sind das alles Deutsche? Nein, da kann man auch feststellen, hier in Taiwan, in Taipei, dass auch da der Charakter der Schule sich ändert, wie das generell ein Trend ist weltweit in den deutschen Auslandsschulen. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt noch etwa einen Anteil von ein Drittel, die klassischen Expats, die dann herkommen, die dann ihre Schulbildung, deutsche Schulbildung weiter fortführen wollen, um dann später wieder nahtlos nach Deutschland gehen zu können. Wir haben etwa ein Drittel binationale Beziehungen, häufig eben Taiwaner, Taiwanerinnen mit Deutschen oder Deutscher und aber auch ein Drittel wirklich Leute mit rein taiwanischem Hintergrund, die sich dafür entschieden haben, sich für die deutsche Schulbildung zu committen, weil sie einfach das Land spannend finden, die Sprache und auch die Art des Lernens sehr, sehr begrüßen. Das heißt, da gibt es ein ganz reges Interesse an der deutschen Sektion, an unserer Arbeit. Können alle Eltern sich an der deutschen Sektion bewerben oder gibt es gewisse Aufnahmekriterien? Ja, das ist wie häufig in Asien und auch weltweit so, dass natürlich dieser Markt nicht unreglementiert geöffnet ist, da man natürlich auch die eigenen Schulen schützen möchte. Und hier in Taiwan ist es so, dass man einen ausländischen Pass benötigt, damit man in der deutschen Sektion oder generell an irgendeiner internationalen Schule aufgenommen werden kann. Kostet die Schule Geld? Ja, wie alle Auslandsschulen sind es Privatschulen. Das heißt, dass vielleicht häufig, gerade wenn man aus Deutschland kommt, die Idee so, naja, das ist doch eine deutsche Schule, muss doch der Steuerzahler irgendwie aufkommen. Das ist hier nicht so, sondern das sind schon Privatschulen, die von Trägervereinen im Prinzip ins Leben gerufen werden, die dann eine staatliche Anerkennung bekommen und die hauptsächlich sich über die Einnahmen, über Schulgebühren finanzieren, die schon sehr erheblich sind, die Schulgebühren. Wir kriegen zwar auch eine Förderung aus Deutschland, eine personelle Förderung von vier Lehrkräften, einschließlich des Schulleiters und auch einen gewissen finanziellen Betrag, aber der Hauptteil der Finanzierung liegt auf den Schulgebühren, um die ganzen Kosten zu bestreiten, wie Gebäude. Man muss ja eine komplette Schule mit einem kompletten Apparat unterhalten. Da stelle ich mir organisatorisch sehr komplex vor. Also eine deutsche Schule innerhalb einer europäischen Schule, man teilt sich die Klassenräume, die Gebäude, die Lehrkörper, dann werden vier Lehrkörper aus Deutschland gestellt und der Rest der Lehrer wird dann von wo, kommt von woher? Also unsere Lehrkräfte in der deutschen Sektion sind ja alle aus dem deutschsprachigen Raum akquiriert und angeworben, weil wir auch natürlich einen gewissen Qualitätsanspruch darauf erfolgen. Das heißt, wir verlangen dann schon auch eine solide, vollständige Lehramtsausbildung in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Und dann sind die Lehrkräfte natürlich angeworben, um hier eben nach deutschen Lehrplänen dann Schule zu machen. Ich meine, Taiwan ist jetzt in den Medien präsenter. Wie ist die Bewerbungslage momentan? Also das ist natürlich ein bisschen abhängig von der politischen Situation vor allen Dingen, von der geopolitischen Situation. Natürlich, wenn gerade eine Militärübung war und das in aller Munde ist und in Deutschland relativ aufgeregt durch die Medien geht, dann fragen Bewerber schon natürlich nach. Na, wie ist das momentan so? Spielt das eine Rolle im Alltag? Ich meine, man kann das aus der Sicht hier vor Ort natürlich relativ einfach entkräften, aber die mediale Wirklichkeit sieht eben anders aus als hier vor Ort. Es gibt schon ein starkes Interesse an Taiwan, weil man eben weiß, dass es hier eben eine sehr ausgeprägte Demokratie ist und sehr vielfältig, sehr aspektvoll, gleichzeitig auch traditionsgeprägt. Es interessiert viele Leute, aber andererseits natürlich auch eine gewisse Skepsis, was so die geopolitische Situation angeht. Wir können unsere Stellen immer gut besetzen, aber die Bewerberlage ist doch sehr angespannt. Gerade auch von dem Hintergrund, dass auch in Deutschland die Anzahl der Lehramtsabsolventen stark zurückgegangen ist und es einen großen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern gibt, ist es natürlich ein Problem, das sich natürlich im Auslandsschulwesen fortpflanzt. Auch das bekommen wir natürlich zu spüren. In der nächsten Folge reflektiert Herr Hilzbos über das Deutschsein an einer deutschen Auslandsschule. Er skizziert die Pluralität und Multikulturalität, die an der deutschen Schule Teil P an der Tagesordnung steht. Außerdem beleuchtet er die besondere Struktur der trisektionalen Schule.